Das ist Chris. Chris ist ein Let's Player. Was ein Let's Player ist, wollt ihr wissen? Ach Mensch, Guido, du verschreckst die Leute noch. Was? Ich und verschrecken? Okay, dann mach du das halt eben. Ich bin im Weg. Okay, viel Spaß. Willkommen, ihr Freunde der gelangweilten Unterhaltung. Ähm, Pele, was machst du an meinem PC? Was? Ich? Ähm, nichts. Nimmst du etwa meinen Kanal-Trailer auf? Zurück ins Bett? Och, Mennu! Also. Hallo, meine Freunde des gepflegten Zockens. Auf meinem Kanal findet ihr unter anderem Let's Plays und Reviews. Pele, willst du den Rest machen? Und hier einige Punkte, wieso ihr uns abonnieren solltet. Qualität. Es geht doch nichts über eine 127p-Auflösung und ein Frame pro Sekunde in den Videos. Regelmäßigkeit. Ein Video alle paar Wochen ist doch nicht schlimm. Und der Humor ganz zu vergessen. Wie kommt ein Pferd in ne Bar? Fragt der Wirt, warum machst du so ein langes Gesicht? Hahaha. Welch ein Schenkelklopfer. Hatadadadadadadadadadadadadadadad. Er meinte natürlich das Gegenteil. Ja, aber... Er meinte, es gibt hier nur Videos mit einer Mindestqualität von 720p und 30 Frames die Sekunde. Und es werden natürlich alle zwei Tage ein neues Video hochgeladen. Den Uploadplan hierfür findet ihr in der Kanalbeschreibung. Viel Spaß. Tschüss.